Große Themen auf kleinen Raum, das ist Extrakt, die neue Plattform der ETH-Bibliothek. In unseren Ausstellungen behandeln wir Themen an der Schnittstelle zwischen ETH-Forschung und Öffentlichkeit, wie zum Beispiel das Thema Biodiversitätsverlust. Ausserdem schlagen die Sammlung und Archive der ETH Zürich eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart und sind von grossem Wert für die Forschung.